Hallo! Module oder Lehrveranstaltungen werden in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen. Dabei gibt es verschiedene Prüfungsformen. Die bekannteste Prüfungsform ist die Klausur. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Prüfung, die am Ende einer Lehrveranstaltung stattfindet und in der Faktenwissen oder Kompetenzen überprüft werden. Eine weitere Prüfungsform ist die Hausarbeit, die je nach Fach auch als Projekt- oder Seminararbeit bezeichnet wird. In einer Hausarbeit verfasst man Texte über ein vorgegebenes Thema in wissenschaftlicher Form. Man soll dabei zeigen, wie man schlüssig formulieren und logisch gliedern kann. Das richtige Zitieren ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil dieser Prüfungsform. Abschlussarbeiten, wie zum Beispiel Bachelor- und Masterarbeiten sind die Prüfungsformen am Ende eines Studiums. Hier weisen die Studierenden nach, dass sie allein in der Lage sind, über einen längeren Zeitraum ein Thema wissenschaftlich zu bearbeiten. All diese Prüfungsleistungen werden benotet. Wie, das erklären wir euch in einem anderen Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017